Jetzt hätte ich nicht immer gegen die sechs oder acht Kassler gehen können. Da hätte ich immer alles für den Versuch der Gabert mit Ablenkung und alles mögliche. Da bin ich erst richtig narrisch geworden. Und da hat die Gabert gestanden zu fahren. Vor mir, wenn ich auf die Ampel schauen muss, hat er sich hingestellt rein. Super Zeit, seine Fahrer halt. Da hat er sich gedacht, der muss einmal bremsen. Aber da hat er mich gerade so richtig zugebracht.